Elia war ein biblischer Prophet, der in der Zeit der Könige Ahab und Ahasjah im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts v. Chr. im Nordreich Israel wirkte. Sein Name bedeutet, mein Gott ist J. H. W. H. Tanach. Nach dem 1. Buch der Könige stammt Elia aus Dishbe im Ostjordanland, das zum Nordreich Israel gehörte. Er wird daher als Dish weiter bezeichnet, das heißt, er gehört zu den Israeliten ohne Grundbesitz. Er gehörte also zu den ersten Benachteiligten des im 9. Jahrhundert v. Chr. in Israel entstandenen Großgrundbesitztums. In 1 Kön 17 EU wird Elia erstmals erwähnt als Prophet, der eine Dürre für das ganze Land ankündet. Da das Nordreich damals dem Baal von Tyrus diente, ist dies eine Kampfansage an diesen Gott, der als Herrscher über Regen und Fruchtbarkeit galt. Insgesamt soll die Dürre drei Jahre und sechs Monate gedauert haben. Elia wandert in dieser Zeit in das Wildbacht Al-Kerit, das höstlich des Jordans liegt. Hier wird er auf wundersame Weise durch Raben ernährt. Die Dürre erreicht das Wildbacht Al-Kerit und Elia wandert nach Zarefeth, das zu Sidon gehört und im heutigen Libanon lag. Elia kehrt bei einer Witwe ein, die ihre letzte Ration Mehl und Öl zubereitet. Er wird bewirtet und durch Gottes Segen wird der Vorrat immer wieder aufgestockt. Während Elias Aufenthalt bei der Witwe stirbt ihr Sohn. Durch ein Wunder erweckt ihn Elia von den Toten. König Ahab lässt überall nach dem Propheten suchen und will Elia umbringen. Schließlich wird Elia angewiesen, sich Ahab zu zeigen. Beide geben sich gegenseitig die Schuld an der Dürre. Es kommt zur Machtpobe auf dem Berg Kamel. Elia lässt durch Ahab das Volk die 450 Balzpropheten und die 400 Propheten des heiligen Pfahls der Aschera versammeln. Jeweils ein Stier soll von den Vertretern der verschiedenen Glaubensrichtungen zerteilt, auf Holz gelegt und das Feuer vom Gott der jeweiligen Propheten entfacht werden. Elia schlägt diese Probe vor, um den wahren Gott zu ermitteln und das Volk ist damit einverstanden. Die Propheten des Balbeten bis zum Mittag schneiden sich sogar nach ihren Ritualen ins eigene Fleisch, während Elia sie verspottet. Elia selber lässt sein Opfer mit sehr viel Wasser übergießen. Er füllt den selbstgezogenen Graben des von ihm wiederaufgebauten Altars mit zwölf Krügen Wasser. Elia betet einmal zu J.H.W.H. und Feuer vom Himmel verzehrt das Brandopfer und das Holz. Das Volk erkennt nun, dass die Balzpropheten nichts als Scharlatane sind. Auf Anweisung von Elia tötet das Volk alle 450 Balzpropheten am Bach Kishon. Daraufhin setzt der Regen wieder ein und die Dürre ist beendet. Die 400 Propheten der Aschera werden an dieser Stelle nicht mehr erwähnt. Elia muss nach dieser Machtprobe aus Israel fliehen, da die Königin Isebel ihn hinrichten lassen will. Er flieht nach Biersheva im Süden Judas. Dann flieht er in die Wildnis und ist bedrückt. Ein Engel bittet ihn, zum Berg Horeb zu reisen. Nach einigen Machtdemonstrationen, bei denen J.H.W.H. sich aber nicht zeigt, offenbart er sich Elia in einem sanften Säuseln. J.H.W.H. ermutigt Elia durch die Nachricht, dass es in Israel 7000 Anbeter J.H.W.H. es gäbe, die nicht bald dienten. J.H.W.H. schickt ihn zurück und er soll drei Männer salben, um eine besondere Aufgabe für J.H.W.H. zu vollbringen. Hasael soll König von Syrien werden, Jehu König von Israel und Elisha der Nachfolger von Elia. Nachdem Elia diese Aufgaben ausgeführt hat, begegnet er König Ahab noch einmal und prophezeit seinen Tod. Ahab hatte sich mit Hilfe seiner Frau Isebel am Grundbesitz eines einfachen Israeliten vergriffen. König Ahab stirbt drei Jahre danach. Königin Isebel soll dasselbe Schicksal erleiden und wird 15 Jahre später durch König Jehu hingerichtet. Der Sohn Ahabs Ahasjah wird bei einem Unfall verletzt und befragt Balsebub, den Gott von Ekron, über sein Schicksal. Daraufhin beauftragt J.H.W.H. Elia Ahasjah mitzuteilen, dass er sterben wird, weil er sich an einen fremden Gott und nicht an J.H.W.H., den Gott für Israel, gewandt hat. Ahasjah will ihn daraufhin gefangen nehmen und sendet eine militärische Einheit von 50 Mann. Diese und noch eine weitere wird von Gott durch Feuer vernichtet. Erst die dritte Einheit darf am Leben bleiben, weil deren Hauptmann Elia um sein Leben anfleht. Nach 2 Kön 2,1-18 EU wird Elia durch einen feurigen Wagen mit feurigen Rossen von seinem Nachfolger Elisha getrennt und in einem Sturmwind zum Himmel entrückt, ohne dass sein Tod oder die Trauer seines Nachfolgers Elisha erwähnt wird. Zuvor hatte Elia dem König Joram von Judah einen Brief mit einer Gerichtsbotschaft geschrieben. Darum entstand im Judentum früh der Glaube, Elia sei nicht gestorben, sondern lebend in den Himmel aufgenommen worden. Er gilt seither als der wichtigste Prophet nach Mose. Der Prophet Malachi kündigt die Wiederkunft hier Elia als Wegbereiter des Messias an. Nach Mal 3,23-24 EU wird Elia noch vor dem kommenden Gericht statt Gottes ganz Israel zur Umkehr zu Gott und seinen Geboten sowie zur Versöhnung. Untereinander bewegen Bei jedem Sederabend in den Abschnitten Barich und Hallel wird ein weiterer Becher für Elia aufgestellt und gefüllt. Kommt es zur Leerung seines Bechers wird die Wohnungstür geöffnet, damit er hereintreten könne. Es wird ein Lobgebet gesprochen und die Tür wird wieder verschlossen. Die symbolische Bedeutung Elias kommt in einigen Passagen des Seder zum Ausdruck. Da Elia nicht gestorben ist, sondern entrückt wurde, tritt er in der jüdischen Tradition immer wieder als Mittler zwischen Gott und den Menschen auf und seine Wiederkunft als Vorläufer des Messias wird. Erwartet Neues Testament Die Erwartung der Wiederkunft hier Elias zeigt auch das Neue Testament. Manche Juden sahen in Jesus von Nazareth zu dessen Lebzeiten den wiedergekommenen Elia, vermutlich, weil einige der Heiltaten Jesu den in der Bibel überlieferten Wundertaten Elias und Elishas ähnelten. Die Berichte von Totenerweckungen Jesu wurden im Neuen Testament literarisch als deren Überbietung stilisiert. Bei der Kreuzigung Jesu missverstanden einige dabei stehende Juden seinen aramäischen Schrei nach PS 22,2 EU als Ruf nach Rettung durch Elia, der als Anwalt ungerecht verurteilter Juden galt. Viele Urchristen dagegen sahen wahrscheinlich im Anschluss an Jesus Johannes den Täufer als den wiedergekommenen Elia, der dem Messias den Weg bereitet habe. Dieser Glaube prägte auch die lokanischen Berichte zu Johannes dem Täufer. In dem der Erzengel Gabriel seinem Vater Zacharias diese Identität seines künftigen Sohnes enthüllt. Nicht alle Urchristen teilten diesen Glauben, denn nach J.O.H. 1,21 EU verneinte Johannes der wiedergekehrte Elia zu sein. Jedoch erklärt Jesus selbst, dass Johannes der Täufer der Elia sei, der der Vorhersage nach nochmals als Wegbereiter des Herrn auf die Erde kommen soll. Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs ist denkbar einfach. Der Täufer war nicht Elia selbst. Schließlich ist Reinkarnation nicht mit dem christlichen und dem jüdischen Glauben vereinbar. Es heißt nur und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Eliahu. Um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten. Um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Er hatte nur Geist und Kraft des Eliahu und war ähnlich angezogen, war aber nicht er selbst. Die Karmeliten verehren Elia als Mitbegründer des Ordens. Daher findet man ihn häufig in der Gruppe der Ordenstifter dargestellt, auch in Rom im Petersdom. Im Koran heißt dieser Prophet Elias in der arabischen Bibelübersetzung Laie. Er begegnet in zwei koranischen Suren. In Schur 6 zu 85 wird der Prophet in einer Reihe von Rechtschaffenen genannt. Der Gedanke der Rechtschaffenheit wird in Schur 37 zu 123 minus 132 wieder aufgenommen. Zudem wird hier in einem Satz, der als direkte Rede Gottes gefasst ist, von der Konfrontation mit den Balzverehrern erzählt. Verehrung und Brauchtum In der römisch-katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen wird Elia als Heiliger verehrt. Sein Gedenktag in der Liturgie der römisch-katholischen, orthodoxen und armenischen Kirche sowie in der lutherischen Kirche in Missouri-Synode ist der 20. Juli in der koptischen Kirche der 1. Januar in der syrisch-orthodoxen Kirche der 1. Februar Verschiedene Elias-Kirchen sind ihm geweiht. Die Religion der Baai lehrt Elia sei 1844 in Shiraz im Iran als BAB zurückgekehrt. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage glaubt, dass Elia 1836 zurückgekommen sei, um Josef Smith zu treffen. Die biblische Perikope über Elia ist Thema des Oratoriums Elias von Felix Mendels und Bartholdy. Elia spielt auch in verschiedenen Brauchtümern eine Rolle. In Bulgarien und Serbien ist er als Elia der Donner bekannt und sein Gedenktag am 20. Juli soll sommerliche Stürme, Hagel, Regen und Donner mit sich bringen. Alte Dampflokomotiven wurden früher im Volksmund nach Elias Himmelfahrt oft feuriger Elias genannt. Üblicherweise wurden die jeweils höchsten Berge auf den griechischen Inseln nach Elia benannt. Der Indogermanist Otto Schrader berichtet, wie er am Elias-Stag 1907 in Namujevo in Karelien miterlebte. Wie dem Heiligen im Stil eines ach-arschen-heidnischen Opferrituals ein Hammel geschlachtet wurde. Und schließt aus dieser Beobachtung und aus älteren ähnlichen Berichten. Elia sei an die Stelle eines ebenfalls in einem Wagen durch die Luft fahrenden alten Gottes getreten. Der Indogermanist Otto Schrader berichtet, wie er in einem Wagen durch die Luft fahrenden älteren 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 älteren. Die Luft fahrenden älteren 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 älter